Ich bin gegen Studiengebühren, weil ich für einen barrierefreien Bildungszugang bin. Ich glaube, dass Bildung zu den Gütern gehört, also zur Grundausstattung gehört, die wir unseren Kindern zuteilwerden lassen sollen. Ich glaube gewissermaßen an ein Menschenrecht auf Bildung und das durchzusetzen ist natürlich ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag und nicht etwas, was nur dem jeweiligen Elternhaus gelingen soll oder kann. Ich bin der Meinung, dass auch das Bildung nicht primär unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Verwertbarkeit gesehen werden sollte. Bildung ist eine immaterielle Bereicherung und kann natürlich auch der materiellen Bereicherung einerseits der einzelnen Person, andererseits auch der Gesellschaft durch wirtschaftlichen Nutzen dienen. Aber das kann keinesfalls der einzige Grund sein, Bildung zu erwerben. Aus dem Grund halte ich es auch nicht für eine gute Idee, Studiengebühren, also eventuelle Studiengebühren mit Stipendien zu koppeln, die dann zurückgezahlt werden sollen, weil dann wieder nur diese wirtschaftliche Verwertbarkeit im Vordergrund steht, also Studium als Berufsausbildung und möglichst mit dem Ziel, dass es halt dann später zu einem guten Einkommen führt. Ich glaube, dass zunächst einmal, natürlich müssen Leute sich überlegen, womit sie später ihr Geld verdienen, aber zunächst einmal sollte einfach dieses Recht auf Wissenserwerb im Vordergrund stehen, das Recht auf Horizonterweiterung. Natürlich ist Wirtschaft wichtig und natürlich ist Technik wichtig, aber ich möchte auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der Kunst, Kultur, Philosophie, soziale Kompetenzen unwichtig sind. Und deswegen glaube ich eben, Bildungszugang heißt zunächst einmal barrierefreie Möglichkeiten zum Wissenserwerb. Wissenserwerb.